so und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge von crash bandicoot ja wir sind hier im dschungel und wir müssen glaube ich jetzt wieder vor der kugel weg reden und ich freue mich supi ja genau das ist jetzt die zweite runde kugel laufen dann schauen wir mal wie weit wir heute hier kommen ein bisschen so kack hier fallen lassen so jetzt aber wir schaffen das heute ganz locker die erste runde haben war und zweite runde das wird ja viel zäpfchen hier schaffe es nicht okay kurz vorm ende hat er uns zermatscht dieser scheißball egal wir schaffen das trotzdem das ist immer nur schnell genug hier durch sein so wie das nicht was waren das jetzt wieder das ist jetzt nächste runde so ist aber auch gemein hier leck mich doch am arsch wir sind schon wieder matschern ich glaube das ja alles nicht ich glaube das geht nicht so wirklich wie ich mir das gedacht habe irgendwie müssen wir was schneller sein so jetzt aber jetzt aber warum ist das hier so scheiße okay das hat nicht funktioniert noch mal ganz schwer anstrengend ich will das nie mehr spielen was waren das jetzt ich weiß ach nee 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 so da sind wir jetzt wieder jetzt können wir wieder oh kacke der war schon wieder nicht so gut aber egal so jetzt müssen wir alles nochmal neu machen weil wir voll gelost haben aber so richtig ist viel zu schnell er ist viel zu schnell so das hätten wir schon mal so ein kackball voll abgeschmiert wir sind einfach zu dösig zum rennen nee ist das ein blöder ball oh wir sollten aber auch richtig springen alter was machst du hier jetzt mit uns wo 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 Jo wo wo Boah, Alter, ich kriege gleich hier voll die Krise. Wenn du jetzt das nicht anständig machst, dann kommst du in der Wurst. So, jetzt aber. Wow. Alter Schwede, ist das ein Scheißlöder. So, jetzt aber volle Konzentration. So, jetzt. Jetzt haben wir ihn aber wieder. So. Oh, leck mich doch am Arsch. Das geht nicht, Kinders. Das geht einfach nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich bin da zu blöd dafür, ehrlich. Scheißdingen da. So, jetzt leicht links, rechts. Es bleibt doch nicht immer stehen, Spacko. Es geht nicht. Boah, wir sind schon wieder tot. Es gibt es doch gar nicht. So, Kinders, das ist jetzt unser zweites Continuum. Und irgendwie, irgendwie will das heute nicht. Ich will einfach nicht so, wie ich das hier hätte. Okay, wir versuchen es trotzdem. Und irgendwie, und irgendwann werden wir es ja auch schaffen. Und, das ist sehr, sehr gut. Boah, alter. Boah. Boah. ich glaube das nicht. Also das ist überhaupt nicht mein Level. Das ist überhaupt nicht mein Level. So, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen motivieren hier. Kommt, gehen aus. Wir schaffen das jetzt. So. Attacke. Wir hauen auf die Kacke. Ja, 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 wir haben es geschafft. So. Das hätten wir schon mal. Nein, es ist ja nur das schaffen. Nein. 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 Nein, ich verstehe das nicht. Warum geht das denn nicht? Wow, das geht überhaupt nicht. Okay, jetzt geht es aber. Jetzt muss man nur sehen, dass wir hier auf jeden Fall wunderbar vorbeikommen. Oh, alter Scheißdingen, du verdammte Kacke nochmal. Das gibt es doch gar nicht. Also das finde ich war das gemeinste Level eigentlich ohnehin. Ja, wie ihr seht. Ert ihr Bett nicht. Ert ihr Bett einfach nicht. Vielleicht kriege ich hier voll die Krise. Okay. Das geht auch nicht. Es geht nicht. Wir sind schon wieder tot. Oh nein. Continue. Ich werde mich fast. Ich denke. cieżern. Ich denke. diferentes. Alles.